Ich bin hier total aufgeregt. Nein, ich begrüße euch zu einer neuen Folge D.E.C. Wer zieht denn auch nicht mit dem schwarzen Helm eigentlich? Der Pillow, genau. Und hier ist der D.E.C. Ja, hier. Und der Man in Black ist... Cati? Nee. Ich bin der D.E.C. Ich bin der D.E.C. Was, was? Alter, ich hab' kenn... Da ist die Cati mit der Waffe, genau. Ja, und wir sind in der letzten Folge gestorben, haben uns aber richtig... Speedigon ist schnell gefunden, wieder in Berencino. Berencino, du. Berencino. Und, ja, jetzt, wo geht's jetzt hin? Geht jetzt in Richtung Wohl? Ich bin der D.E.C. in meinem Steak, weil ich hab' Steak-Gemüsse verbracht. Er wollte hoch noch beim Krankenhausdruck checken, oder wollen wir gleich Richtung Steak? Äh, wie, was, wohin? Ja, ich bin der Steak. Hm. Ich renne jetzt vor. Oh, ihr habt'n Steak-Haus, ja, etwas. Wer rennt vor? Wie alle von Zauern klettern. Na komm, die Schie. Na komm, die Schie. Auch du schaffst den Zauern. Ja. Ja. Sport war nie sein... Da ist meistens wenig drin, wenn dein Rest ist in dem Haus. Oh, ist das? Ist das? Ich bin der D.E.C. Ich bin der D.E.C. Warte. Oh, ja, ich hab'ne Kapuze. Yeah. Jetzt seht ihr... Wen sind da jetzt? Wir seht wenig, wenn wir kochen. Hier ist ein Typ drin, hier ist ein Typ drin. Puch, wo denn? Was? Ja, hier bin ich. Ich bin der D.E.C. Nein, hier ist ein Typ. Wo bist du denn? In welchem Haus? Wer ein Typ? In welchem Haus bist du denn? Hallo? Ich hab'n getötet. Was? Wo bist du denn? Ich hab'n... Ich hab'n... beim Steakhaus. Was hat'n mit dem hier? Du meinst im... 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 Ah, der hat ein Steak-Kid. Das ist schon mal gut. Du warst am Boden. Ich hab'n getötet. Warum rennst du auch wieder zurück, versteh' jetzt nicht, hä? Der Wings-Stick. So, ich bin das hier. Wir haben keinen Steak-Wing-Kid. Das ist schon mal gut. Zombie. Ne, wessas. Wessas. Ich, 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 ich. Ohhhh, wieder. Nein, das ist doch weniger. Ich hab'n nichts. Okay, wir sind jetzt wirklich... Also, schon mit der D.E.C. ... und ich bin der Asiator. Und es kann uns mal gut unterscheiden. Wir stehen jetzt nur für fünf auf dem Pult. Ich bin seitdem. 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 Wo ist denn? Wo bist du denn? Ja. Hinten. Hinter dem Haus da. Ja. Vorne, geradeaus. Oh, nein, Leute. Oh, nein, Leute. Oh, nein, ich komm... Oh, welches Haus? Wohin? Ich, äh... Alle wie die Hühner waren? Wer hat so einen Motorradhelm oder einen Hose und eine Haxe? Wie lauf ich denn hinterher? Wir, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wo's lang geht. Hattest du mal nicht um? Wir gehen jetzt mal dahin, wo ich herkam. Bei der Feuerwehr gab's ganz viele Sachen vor euch. Also... Glaub, du mal vor, Pilo. Wo ist denn ein Pilo? Ich seh'n hier gar nicht. Hier, hier und dann hier und da. Aufs Felt. Aufs offene Feld. Raum läuft aufs offene Feld. Wir gehen aufs offene Feld. Alles wieder raus. Alles sind ein sichteinander hier. Alle rein, alle reine. Alle rote, alle rote. Die kann man hoch. Ah, ja, die kann man essen. Dann okay. Ja, der hat den gut. Wenn er was findet, kann man den auch essen, ja? Bären auch, das weiß ich. Bären? 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 Bären, also Bären, Bären? Bären? Von Busch. Von Busch. Nicht mit Äh. Der Busch, eh? warum nicht? weil die dir erst wieder braten muss ich glaub die ging auch nicht wieder v2 oder? das erinnert mich grad so ein bisschen an Ratatouille als die Ratte das Steak äh bearbeitete ne? lass mir noch Äpfel da heißt das im Umkehrschluss dann dass man sich mehr waschen sollte wenn Ratten sich auf deinem Kopf ruhig fühlen das ist nur Äpfel wahrscheinlich das war bevor wir bei einer Anwalt war noch ein Land Baum mehrfach ja wir hängen für zwei Leute ich komme mir vor wie bei Alters live aber es gab nicht so dass das sagte der Wende was er hat er versagt und zum Beispiel ich hab nichts gefunden oder ich hab was gefunden wenn wir dann gar nicht I have not found auch das ist ein Jahr Jona und Erdinger ein komplizierter ja auch die Maulwein oder das ist ja nichts zu finden dort hat man zu zählen und bei Bäume an abtrennen die Gäste der Ereignisse bei der den Äpfel ja er hat er vor Ort das musst du schon machen ich hab da gerne auf der anderen Seite ich häng' noch am Apfelbaum, seit ihr denn? wie ne Plage, die Arbeit, wo es sich ins Apelfeld wieso bist du? die unterbezahlte Arbeiter. Ja, aber ohne Mist. Ja, ich habe was gefunden. Ich habe einen Apfel. Hey! Ich habe einen Apfel. Einfach, ja, ihr müsst einfach nur, glaube ich, einfach lang am Baum stehen bleiben, ohne euch zu bewegen. Und dann fällt ihm auf den Kopf, oder was? Ne, dann findet ihr auch was. Ja, er kramt auch dort rum und dann sagt er, I have not... Oh, ich habe auch was gefunden. Stimmt. Wenn ihr dich nicht bewegst, dann findet ihr, glaube ich, was. Ich drücke einfach oft genug F, dann klappt das schon. Spend! Na komm. Ja, komm. Ich glaube, dass du den Apfel bringt nichts mehr, oder? Einen habe ich gefunden. Ich habe einen gefunden, ja. Ich habe keinen gefunden. Ich habe auch direkt mal essen. Ich muss sagen, ich habe auch gar keinen Slot, weil meine große die Merkmale drin ist und dadurch... Was ist es wichtiger? Essen oder Waffe? Essen oder Waffe? Waffe. 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 Ich habe auch schon zwei, äh. Ja, ich habe auch einen. Da weiß ich, wo ich hingehe, muss ich nicht Hunger haben. Ja, komm mal zu. Ab und vorher, wo ich auch noch was war, dass du in Trompete? E-Levon. Einige, Mann. Einige, Mann. Einige, Mann. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Ja, was macht das Parsburger? Ich möchte... Kennst duanding? Ich möchte gerne weiter. Okay gut, da muss ich schon einmal, ein Apfel muss ich schon essen. 1 von den vier. Ich würd gerne weiter gehen. Ja, ich auch. Liebe, du musst überhaupt einplanet sein. Ja, ich auch. Wenn wir die Richtung müssen, dann müssen wir diese zwei, drei. Warte. Abfeldlich. ist Berenzino wir haben uns komplett verirrt im Apfelfeld wir haben außerdem jemanden verloren und wir verloren uns zu tapasen Männer auf der Apfelplantage die Apfelplantage des Grauens Fleischverlage sowohl als auch so, da legt sich erst mal hin, hast du das mal gefressen oder was? das war erst mal eine Schlaufe die Ruhe die Ruhe wer hackt da hier? ich freue mich, der hackt einfach mal hier rum das schießt immer nein, das ist aber das schießt immer komm her, du komm her, du oder schießt jemand, der die auch so, da habt ihr jetzt ich weiß, den schnapp nicht, da haben wir jetzt nichts gemacht, als ich gesagt habe, da schießt jemand wir haben noch eh nichts zu verlieren wir haben noch eh nichts zu verlieren ich schon ja, wir warten ja, wir warten ja, wir deshalb laufen hier hin, was seid ihr denn jetzt? wo seid ihr, wo seid ihr? Gleichberechtigung wir sind aus der Plantage raus, Ditchi wo ist er? ich darf es mal das ist aber immer so genau wie letztes Mal wir sind ein Reh, Ditchi, wo bist du? What, Weint Rabbit »Jretbook« »Jretbook« auf links, 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 links auf einfach raus rechts, sieh grad aus »Jretbook« »Jretbook« »Jretbook«, da rechts ist er, ich seh ne, ich seh ne schon »Jretbook« »Jretbook« »Dine rechts oder mein links?« »Ich komm mal weit妹« »ich komm mal hin, illuminicht »Weiss ich kann dich doch wohl oder so verirren da drin« »Ich taufte immer ein Tomtomor« »Eins ignite oert 70 min wenn sie denn jetzt er hat so etwas aber gerade aus bei der reine geradeaus nach wie sie sie genau und jetzt fände ist das straße vor das ist die straße ja gerade aber ich habe euch nicht schieß ihn schieß ihn besser kaputt das ende wort sagen hat die auto so der eine schon bei mir ich bin ja auch auf der straße auch auf der straße wunderbar und jetzt gehen alle andersrum heute machen ja hier in die richtung des mit er sei da rein die holen so dass er das erinnert es ist korrekt was ihm wollte ich sie besucht wurden er wenn ihr es mit der gebäude sie rechtsamt dieses Grund wir haben auch noch ein bisschen drücken und daher hier ist irgendwie gar keiner wer so gut hoch ein solcher war vor dass ich das war alles abstehen da ich hab nicht zu verlieren auch so eine Mütze ja dann breit ihr beide einfach vor aber nicht der Brunner wenigstens Rucksack Was soll man nicht vorrennen? Picknick! Was? Das ist ein Zombie. Wo? Links. Links. Oh ja, da. Komm. 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 Da wäre dein Rucksack. Da wäre deine Süßigkeiten. Ähm. Steh. Oh, hast du gesehen, hast du nach links und rechts gepolgt, du? Die Türchen offen. Hauptsache ich hab keine Munition in meiner... Die Türchen schafft noch ein nächstes Bad nach. Die Tankstelle ist damit explodiert. Ach, die drinste Schall nicht hier offen? Also dahin ist gerade wieder was explodiert, ne? Die Tankstelle explodiert öfter. Das ist so gut, das ist so gut. Die Tankstelle explodiert öfter, ne? Ja, die explodiert wird durchgehend, ne? Ja, im Ernst jetzt? Oh, ne, da. Das ist ein Bug. Feature, ne? Bug. Ja, Feature, Feature, ein Geburt, ja? Da ist was Rotes, ich hab was Rotes gesehen Was? Wo? Rotes Käppi! Ne, Bauarbeiterhelm, ich möchte aber kein Bauarbeiterhelm Was bin ich allein? Ich würde lieber die Karte nennen, oder was? Ich geh mal aufs Dach rauf Ich geh unten rein Was bin ich allein? Leid ihr schon drin? Ja Ich hab nen Orangenhelm auf Ich bin der erste Jahre mit der Hier liegen Flashlight und ne Batterie Ich hab meine, ich hab meine vor wenigen Minuten weggeworfen Also ich glaub nicht, dass du siehst Ah! Ah! Ja Okay Lass mich raus Da schießt du mal Wer war das? Ich nicht Ich hab nichts gehört Wo, 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 wo Da schießt einer Ja Oh, ja Oh, ich jetzt hab ich gehört Das oben bin ich Ich geh nach oben Ich hab nen Orangenhelm auf Na, bin ich ganz oben jetzt Äh, Pino, wo bist du? Ganz oben? Ganz oben, aber ich seh nicht Ich hab nur noch zwei Zombies gesehen Ich guck grad mal aus dem Fenster raus, aber ich seh auch nichts mit dem Helm, ne? Ja, ich bin der mit dem Helm Ich bin der mit der Stricknüze Die mit der Stricknüze Ich hab auch ne Stricknüze Ich hab auch ne Stricknüze Für mich kam der Schuss aus, die aus der Richtung der wir kamen, sondern, äh, auf der anderen Seite gut umgezogen Ich hab dich im Zombie Ich auch, ja auch Aber keiner von uns hat einen Akku gezogen, oder? Nein, das war der Typ, der geschossen hat wahrscheinlich Aber ich bin oben auf dem Dach und ich sehe nicht, das kann ja nicht sein Ja, und der Zombie kommt hier unten rein? Kommt hier hoch, alter Schwede Ja, da kommt hoch, oh, da kommt hoch Ach du Scheiße Und fällt wieder runter Der ist geflogen Der ist geflogen Das geflogen? Der ist runtergefallen Und da sind die Der ist runtergeflogen Und da ist die Verstoß, aber ich kann sie nicht mitten Ich esse jetzt Wetter Kann sie dich mit dem Ausdienst Na ja, Pumma, aber Ich hab dich doch aufgemacht, wenn ich die fünf Kilometer weit von mir weg Hat jemand noch irgendwo was gesehen? Ne Ich bin auch oben und ich hab' auch nix Das ist super Und ich hab' jetzt mal Das soll noch werden, was explodiert Aber der Dictione, glaube ich, gerade vor mir irgendwie voll in die Wand gelaufen so kommt jetzt in die erste Kausche wo dir alles fällt ich hab mein Hut jetzt gewechselt Achtung auf Kassen was hast du jetzt? ja gut Alter diese diese Explosion macht das eine da war einer mächtig Blähungen wo liegt denn hier schönes rum eine Dose Pan of Tactical Bacon Räuchte mal eine Tasche oder sowas oder eine Hose mit mehr Slots oder ein Oberteil mit Slots oder Zombie-Kost wird Slots schon wie? der Zombie kommt ich hab eingehört die Hüte ist doch noch der von vor uns ja war das ja ich kann nicht mitnehmen und kann ich das nicht aufheben äh da kommt jetzt einer ach so wersen das nicht da ist also ich hab ja auch eine Axt hier liegt was was ich nicht aufheben kann ok ich komm mal wieder runter ich hab jetzt überhaupt nichts zu sehen kannst du das aufheben? das blaue Ding da? kann das nicht aufheben? das hab ich ne Hose ja glaube ich Shorts ja take Kavansis Shorts Blue ich kann die Hose aufnehmen da schießt du mal? ja aber nicht auf uns sicher? ich bin gerade runtergeklettert da hat er geschossen ok das wusste ich nicht kann die Hose nicht aufgehen ich mein Hose grün obwohl ich die Dose gefressen hab ich guck jetzt in Richtung ja Innenhof quasi da hinten in dieses Gewerbeding fein aber ich seh nicht nothing auf jeden Fall der M4 ja ja das ist sehr stark noch M4 angehört ich mein von euch was zu essen ne 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 ich bin auch hungry schon im ich hab noch nen Apfel dunkelgrünen Bereich ich bin auch hungrig im hellgrünen noch rot haha ne ich war auch rot ich hab ja diese Dose gefunden gehabt oben ich war ja auch rot so kein Thema so weiter oder wie sieht's aus ja also ich seh hier echt keinen ich weiß nicht von wo wer läuft hier mit der Hake rum ich bin die Hacke also ich hab die Hacke ich bin der Japaner mit der Hacke ich glaub mal aus die Reichbauer schon leicht klischeehaftig oder ein bisschen fein die Wollmütze ne boah ja Zombie unten Zombie steht ganz unten ja warte dann siehst du ne ja oder mach du Dutschi der hat nen Holzkopf ne klingt so trefft ihn nicht du legst du schlägst gegen die Decke ach Gott ich komm runter ja hast du okay keine Nix luden ne bevor die Winterjacke haben warte ich guck mal ob ich die Winterjacke krieg du musst dann drauf gehen und mit dem Mausrad dann kriegen ich dachte schon was hier für ne fettes riesen Klamottenstück dabei ist das ne Zombie oder in der Ego Sicht geht auch meistens alle hängen sie mit der Axt hier rum ne das ist komisch macht der nicht ne braucht jemand was zu essen ich hab noch nen Apfel ich bräuchte ne Tasche ich bräuchte eben auch nen Apfel wenn du noch einen drück hast ich hab noch einen ja egal dann gibt es äh Dings Done weil ich glaub der ist im roten Bereich schon Dings Done irgendwo hier hab ich den hingeschmissen Uiuiui ja eigentlich bist du hier liegen dann vielleicht brauchen wir ein bisschen bis es da kommt sollte man wagen mich darüber in die in diese Lagerhalle rüber zu sprinten hast du viel zu verlieren erwähnt ich hab eigentlich wenig zu verlieren dann würde ich sowas so hier liegt noch nix das hast du fallen gelassen hier ja eigentlich schon ich hab ihn hier rausgeschmissen na gut dann vielleicht kommt er ja klar oder auch gar nicht es kann auch sein es kaputt ist ich bin mal rüber gerannt in die ich bleib mal mit der Hand ne Holzverschlag ne gut Holzverschlag ist ein bisschen übertrieben untertrieben ok ich komm hier hinterher ob du die Taschenhalle kann ich mit dir aber Klamotten ist nicht null es ist da an der Wand hier ist aber niemand und der Treppe liegt irgendwas in der Wand soll wir auch rüberkommen zum Holzding bis dahin hier ja so machen oder ich weiß nicht bin hinter dir wir laufen da ganz weit weg ich bin beim Holz beim beim also ich bin direkt gegenüber da ist ne Holzboot oder was um Holz ach diese Scheune da genau die Scheune ja 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 gut hier liegt was hier liegt die Tunverstoße wer hat Hunger ja ich ich wer ist nur auf dem Dach ich nicht ich nicht das ist ein Zombie wo seid ihr denn jetzt in der Scheune da läuft einer da läuft einer wo das ist schön aber wo bist du da kommst du aus ja ok alles da mitkommt ok bei mir war ein schöner Cut also für meine Zuschauer Prozent Blackout dann wollt ihr das sehen ja komm auf die Arm komm auf die Arm Chinesen mit der Hacke wo seid ihr jetzt hingelaufen ich gehe zu der großen Halle ich gehe zu den Lagerhallen ich gehe zu den Lagerhallen okay wir kommen wir werden dort dann auch denke ich mal ähm dann kleines Missionsbräuch hier machen ja wir hoffen dass er das gespeichert hat bei mir nee was machst du essen nee dann was wartet mal sei mal ruhig hört ihr auch die Musik nee ja doch leicht Musik natürlich hört ihr das nicht ja ich höre Musik ah doch vor der Tankstelle aber ich höre die Musik da ist doch bestimmt in-game-Chat da hat doch bestimmt jemand übern in-game-Chat die Musik an was anderes könnte ich mir nicht vorstellen ne wir kommen jetzt zu den Hallen ja boah wie krass ja ich höre die Musik vielleicht machen die auch große Party da und machen die die Tankstelle immer kaputt ja ich will jetzt wissen was das ist ja ich auch hab nicht viel zu verlieren seid ihr jetzt zur Achterseite ja gut hä? wie seid ihr jetzt? wir folgen der Musik wir folgen der Musik was ist das für lauter Musik? wow wir sind friendly wo bist denn du? auf dem Silo? oder was? auf dem Silo wer ist da glaube ich auch auf dem Silo oder? wer ist da unten gewesen gerade? wer ist das? also am Silo bin ich ok wir kommen jetzt jetzt Tichivo bist du denn schon wieder wir haben aber die Musik kommt von auf dem Silo oder? wenn ich nicht alles erwüßte würde ich sagen da ist ein Scheißen-Cheater im Silo drin ja ne weil die Musik kommt immer so Richtung Silo wenn es so rumläuft ich stehe gerade auf dem drauf glaube ich was? das ist ja gut wie der Musik hattest du eben geschaut da hinten kommt einer, gell? wo? hinter den Silos hinter, hab ich auch gesehen seid ihr alle auf dem Silo oder was? da sind sogar zwei Leute Achtung es sind zwei Leute hinter den Silos ich geh hoch wo hinter den Silos? hinter, du bist auf unserem Silo dann vor dir ist noch ein Silo und da hinten dran sind welche ja was auf der Schiene? mindestens zwei Leute Achtung ich komm hoch jetzt auf der linken Seite auf der linken Seite am Haus Dich wo gehst du hin? oh ich werd's beschossen auf der linken Seite am Haus ja wo man lernst du auch zurück Dichy Dich nachher wollen sie uns umrunden hab ich keinen Bock drauf da kommt jetzt einer vor mit der Waffe da steht er am zweiten Silo ja drei Leute sind das sogar fuck schau ab also da fühl ich mich auf wo ist hier noch am sicherst nein nicht noch wo stehen die denn genau? ich seh die denn nämlich überhaupt nicht oh wer ist das? mein Rucksack? ich bin jetzt mein Rucksack ich versuch hier von hinten zu verpassen oh ich wurde gesch- ich wurde geschossen Hilfe Hilfe ah fuck ich bin tot scheiße ich hab noch fuck ich bin voll zusammengezuckt da läuft einer ich hab gerade einen auf gesehen oder die sind auch am Hafen äh hier gegenüber von uns von der großen Firma ist er grad links rum ja das bin ich gewesen ach so die anderen kommen jetzt von hinten scheiße ey oh sie ist doch einfach weg oh schade war so schön aber der hat wahrscheinlich auch die Musik gehört ich hab ihn nur um die Ecke linsen sehen er war schon tot also die sind auch unten am Hafen das sind drei Leute mindestens aber richtig getroffen ey sieh nur noch schwarz ja mhm jetzt aber muss ich wieder da oder? d 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 bist du dabei? Nee. Der eine läuft jetzt, äh, äh, da läuft der, glaub ich, jetzt kommt auf dich zu, glaub ich, Gatti. Ich bin oben auf dem Silo. Ja, der eine wird gleich hochlaufen, denk ich. Echt? Ja, soll er doch. Ich erwarte ihn. Nicht schon. Oh, das sind sogar längst zwei, drei. Soll er die leider noch hochkommen? Oh, ich bin tot. Verdammt. Ja. Ich bin tot. Aber ich hör die Musik. Was ist das für ne Musik? Es hört sich ganz laut, die Musik. Ich bin sogar ganz in den Nägel gespawnt. Ich bin kurz vor Solnichi gespawnt. Nee, das trägt mich jetzt auf, ey. Kurz vor Solnichi. Ich hab's nicht gehört. Hm, wieder tot? Ja, ich bin tot. Ich weiß gar nicht, wo er mich jetzt getroffen hat. Ich war in der Mitte vom Silo. Wer lebt jetzt noch? Ich. Habt ihr jetzt grad synchron ich gesagt, oder hab ich es nur und dann gehört? Ich bin mir unsicher. Ja. Wer ist auf dem Silo? Ich bin tot. Auf dem Silo. Ich bin tot. Weinte. Ich bin auch tot. Hier oben ist einer. Haha. Das bin ich. Ah ja? Auf dem Silo war einer. Auf dem Silo. Hast du den nur umgebracht? Weiß nicht. Ich hab geschossen. Ja, der hat oh mein Gott gesagt. Da kommt noch einer hoch. Wo? Beim Silo. Beim Silo. Hm. Oben sind zwei Dosen. So, ich... Schau mal. Wo ich spawne. Das waren auf jeden Fall drei Leute. Die hatten auch einen Militärrucksack gehabt, ne? Ja, ja, ja. Ja. Es sind zwei Zwiebel... äh, drei Zwiebeltypen da. Zwiebelkopf, Zwiebelhirn und Zwiebel irgendwas. Zwiebel? Guck mal... Ja, Zwiebel... Es gibt einen Zwiebelchef. Chef. Zwiebelhirn. Und Zwiebelkopf. Den sehe ich jetzt gar nicht in der Liste. Zwiebeln und Leben oder Looten und Sterben. Deine Entscheidung. So, ich bin nach der Weltwiese. So, ich bin nach der Weltwiese. Schon da. Zwiebelchef. Zwiebel hier. Zwiebelkopf. Ja. Bleib du mal unten, Dicci. Das ist ärgerlich. Ich hab mir zufrieden. Ich hab mir nichts gelöst. Ja. Ich hab dich durch die Wand abgeschossen, der Penner. Ich hab dich aber dann auch gesehen, ne? Ja, ich hab dann auch gesehen. Schieß ich in... Wenn ich in Abschießen, glitzte hinter die Mauer. Schieß zwei Mal auf mich. Ich bin tot. Scheiße. Die sind immer noch hier unten am Silo und rein rum, ne? Ich bitte warte. Da liegt einer oben, ne? Das seid ihr, oder was? Ja, oben müssen zwei liegen. Ja, wenn du, wenn du da drankommst, sind... Ne, das sind unsere gewesen. Ne, da kommen wir nicht ran. Ich bin vom Surfer geflogen. Richtig? Ich weiß nicht, wo ich bin, ne? Also, ich bin irgendwo... Ich bin bei Zornici. Zornici. Zornici warst aber rechts, rechts. Ha? Borecht. Ich werde mir nicht mehr als Freunde angezeigt. Oh? Du? Wo das ging? Nicht so weit vor, ne? Wenn die weiter hinten sind und dann hochschießen, bist du auch tot, ne? Ihr hättet mir nicht mehr als Freunde angezeigt, warum? Also, Surfer-mäßig. Hm. Warst du schlecht. Da oben, da hinten. Ich bin in einem Pub drin, wie geil ist das? Wo denn da oben, da hinten? Da hinten, hinterm Silo laufen die jetzt. Sorry, ich hab schon mal Munition. Okay. Haben quasi die Sicht verlängert, um uns hier oben zu sehen, ne? Ja, ich seh's rechts, rechts an der Mauer, da. 1, 2, 3. Ja. Haha, die Tankstelle geht jetzt auch hoch. Richtig geil. Richtig Feeling hier, hm? Ja. Oh, Mann. Hm. Die Völker hat doch extreme Überlänge, ne? Möcht' ich mal kurz den Weißen. Die werden wir, glaub ich, schneiden müssen. Ach, Quatsch. So. Überlänge ist doch geil. Ich werde wohl nicht die neu starten müssen. Ja, das ist nicht so, ich hab nicht so, ich kann auch null helfen, ne? Die laufen jetzt Richtung. Sagen wir nicht, dass die jetzt Richtung sollen nicht hier laufen. Richtung da, wo wir gekommen sind. Ja, ich hoffe mal, dass der Feldweg nicht hier so wohin fühlt, weil die Straße nicht gefunden hab, dass er aufhört, wo ich sie gefunden hab. Also, ich bin relativ nah bei uns wieder gespawnt. Ich war überhaupt keinen Organizierungsnummer. Mein Steam-Server, die Steam-Server werden zurzeit gewartet. Deswegen bin ich im Steam nicht online. Deswegen kann ich euch auch bei Freunden nicht finden. Echt? Die werden gewartet grad? Ja, und deswegen kann ich nicht bei euch auf dem Server, weil ich die nicht find. Das erklärt auch, warum ich grad die Verbindung verloren hab. Kurzzeitig, ja. Zwei Sekunden. Jetzt kann ich nicht auf Steam gehen. Na toll. Die Kathi kann nicht mitspielen. Mann. Jetzt hab ich auch keine Lust mehr. Jetzt. Mein Ernst jetzt. Ich setz mich jetzt hin und schmolle. Okay. Ich bin an der Tankstelle. Ich räum mit. Ich bin an der Tankstelle zwischen Solnichi und Berenzino. Ich glaub, ich geh gleich Kekse backen. Pack mir welche nicht. Ist das die Tankstelle, die immer explodiert? Geh hin und treff ins Haus. Ne, ganz im Ernst. Ist das die, oder ist das die in Berenzino irgendwo noch eine? Ich hab ein Pferd gehört. Ich bin im Wald. Ich bin im Wald. Oh, hier ist ein schöner Platz, ne? Zum Snipern. Voll. Achtung, die laufen jetzt außen rum. Gerade hab ich eine schöne Banane noch gefunden. Und jetzt bin ich tot geworden hier. Das ist unglaublich. Don, hast du gehört? Die versuchen jetzt rumzulaufen. Wie's aussieht. Da läuft einer zur Polizeiwache. Don hat sich ausge... Don ist weg da? Ja. Ja. Wir haben schon dazu. Ja. Ja. Ja, weil kam das dann, äh... Ohne was zu sagen. Bist du, läufst du gerade zur Tanke? Ich? Ja? Am Bahnschienen? Ich bin auf der Straße gelaufen. Achso, jetzt läuft jemand hier über Bahnschienen. Redung Polizeiwache. An der Tanke. Ich hab grad was... Warte mal, ich hab grad was über Google bekommen. Ich geh jetzt einfach mal stark davon aus, dass das Don ist. Was? Ja. Okay, Don hat gemeint, dass er keinen mehr in Skype erreicht hat, aber auch direkt jetzt ins Bett geht dann. Okay. Ja. Dann würd ich sagen... Ähm, Steam konnte ihre Dateien für DayZ nicht mit Steam Cloud synchronisieren. Jetzt kann ich weder ein Steam noch ein DayZ. Mimimimimimimim. ein Tier ist gemobbt. Ja, ich werde auch gemobbt. Ich spawnen nämlich immer nirgendwo und darf mich erst mal zurechtfinden. Und ihr spawnt alle direkt wieder in der Stadt. Das ist voll ein Schiss. Ja, ich würde sagen, dann machen wir Aufschluss, oder? Ja. Willst du Schluss machen? Gut, ja, dann muss ich mich dann bei den Zuschauern bei den Zuschauern bedanken. Genau. Auch wenn es jetzt zum Ende wieder ein bisschen blöd gelaufen ist, dass wir uns alle wieder verloren und gestorben sind, aber... Wir haben uns nicht verloren, wir haben uns sehr schnell gefunden. Ja. Und wir sind sehr schnell gestorben. Und wir sind sehr schnell wieder gestorben, genau. Dann, ja, mit diesen verregneten Bildern, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss. Tschüss.